Ping-Pong Bauen Sie hierzu ein Spielfeld von 15 Meter Seitenlänge und 10 Metern Breite auf. Auf den beiden Außenlinien befindet sich jeweils ein neutraler Spieler, der sich nur auf der Außenlinie bewegen darf und der ballführenden Mannschaft als Anspielstation gilt. In der Mitte spielen vier gelbe Spieler gegen vier grüne Spieler. Ziel ist es sich von einem neutralen Spieler zum anderen durchzukombinieren. Gelingt dies einem Team, so erhält dieses einen Punkt. Die neutralen Spieler müssen stets direkt spielen. Ein Anspiel auf den anderen neutralen Spieler ist ebenfalls erlaubt. Wechseln Sie nach ca. 5-7 Minuten die neutralen Spieler aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.